Die meisten Autoaktien sind stark gefallen die letzten Monate. Eine Autoaktie hält aber Stand. Es ist die Aktie von Tata Motors aus Indien. Indien ist ein Automarkt, der immer größer wird und der im Gegensatz zu den meisten anderen Automärkten auch jetzt wieder stark wächst. Und darum geht es heute auch um die Aktie von Tata Motors. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Kolumbus wollte ja eigentlich nach Indien bekanntermaßen. Es hat da vorübergehend die Idee gegeben, dass die Erde rund sei. Und er ist losgesegelt in die falsche Richtung. Dazu gehört schon was, auch von Seiten der Venture Capital Geber damals. Das war das spanische Königshaus. Am Ende war es auf jeden Fall eine Top-Investition, das Ganze. Europa hat dadurch auf einen Schlag zwei neue riesige Emerging Markets dazu bekommen, die man dann ja auch ausbeuten konnte und die sich wirtschaftlich auch ganz gut entwickelt haben dann. Vor allem ja Nordamerika. Und im Übrigen, wenn vor 300 Jahren jemand Sie gefragt hätte, wo ist in Zukunft die größte Wirtschaftsnation der Welt? In Nordamerika oder in Südamerika? Es hätte garantiert damals jeder gesagt, in Südamerika natürlich, weil da sind die riesen Bodenschätze, da gibt es schon große Städte und es wird gehandelt und Südamerika wird ja auch gut verwaltet von uns Europäern. Und in Nordamerika dagegen, da ist ja nichts, außer ein paar Holzhütten vielleicht. So kann man sich irren. Darum ist es auch immer gut als Anleger, wenn man seine Schwellenländer immer ein bisschen beobachtet und im Blick hat. Die große Erfolgsstory waren dann am Ende die USA. Jetzt wirken die aber auch inzwischen schon ein bisschen abgegrast. Und wer jetzt nach Ländern mit Zukunft schaut, der sucht dann doch wieder woanders, nämlich unter anderem in Indien. Indien zur Zeit eine der stärksten Börsen der Welt, auch jetzt noch in der globalen Korrektur eigentlich. Und ich bin in meinem Video Anfang Mai ja ausführlich darauf eingegangen, auf den Markt. Ich habe aber auch erwähnt, dass es leider bis jetzt nur wenig Einzelaktien gibt aus Indien, die man hier auch handeln kann. Und eine davon ist eben die Aktie von einem der größten Autokonzerne in Indien, Tata Motors. Nur bei Tata Motors, da geht es uns als Anleger genauso, wie es Kolumbus gegangen ist. Wir segeln los nach Indien und wo landen wir am Ende ganz woanders, in Großbritannien nämlich. Warum ist das so? Vorher noch ein Hinweis. Erstens, es gibt leider wieder Betrugsversuche unter den Videos hier. Das sieht jetzt so aus, da wird eben der Eindruck vermittelt, das seien Kommentare von mir. Und da steht dann, ich werde Ihnen eine lebensverändernde Gelegenheit vorstellen. Ich stelle hier natürlich immer lebensverändernde Gelegenheiten vor, aber nicht unter so einer komischen, dubiosen WhatsApp-Nummer. Reagieren Sie darauf bitte nicht, auf keinen Fall. Und das zweite, Russland-ADRs, die sind ja gesperrt noch zur Zeit und da kommt jetzt aber anscheinend langsam Bewegung in die ganze Sache wieder. Die russische Duma, die hat jetzt das Gesetz verabschiedet, das den westlichen Anlegern die Möglichkeit geben soll, die zu tauschen in Originalaktien ohne Rückgriff auf westliche Infrastruktur. Und Clearstream bewegt sich jetzt anscheinend auch und ich mache demnächst dazu auch nochmal ein Video wahrscheinlich, aber erst dann, wenn es dann auch wirklich mehr Klarheit gibt dazu. Wenn Sie betroffen sind von der Sache, am besten Kanal hier abonnieren, dabei dann auch die Glocke drücken. Dann haben Sie auch die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind, dann kriegen Sie auf jeden Fall schon mal mit, wenn das nächste Video rauskommt zu den Russland-Aktien. Und natürlich kriegen Sie auch mit, wenn andere Videos von mir rauskommen, die ich hier mache. Tata Motors, ein indischer Autoproduzent und Lastwagenproduzent, gehört zur Tata-Gruppe. Das ist ein riesiges Konglomerat in Indien, die eben auch Autos herstellen. Vor allem für den indischen Markt in erster Linie, aber Tata Motors hat 2008 auch Jaguar und Land Rover übernommen. Zwei britische Marken von Ford und zwar für so gut wie nichts. Jaguar ist von Ford schon gekauft worden, Ende der 80er Jahre. Land Rover ist dann mehr oder weniger aus der Konkursmasse gekommen von Rover. Rover ist ja von BMW übernommen worden, das war dann auch ihr Untergang, endgültig. Und die Marke Mini, die hat BMW behalten. Land Rover ist an Ford gegangen und Ford hat dann beides in der Krise 2008, sowohl Jaguar als auch Land Rover, verscherbelt an Tata Motors für 2,3 Milliarden Dollar, also für nichts. In Indien war das ein Freudentag. Es sind ja zwei große Automarken von der alten Kolonialmacht dann dadurch nach Indien gekommen. Und Tata hat es dann auch als erster Besitzer von Jaguar und Land Rover wieder geschafft, dass sie wieder profitabel werden. 2014 war der Gewinn von Jaguar Land Rover nur in einem Jahr fast doppelt so hoch wie der gesamte Kaufpreis damals, ein paar Jahre vorher. Und das hat schon Fragen aufgeworfen. Warum können das die Inder und BMW und Ford kann sowas nicht? Und ob das vielleicht eben auch daran liegt, dass es in Asien Konzerne gibt, die ein bisschen langfristiger denken und die vielleicht eben auch bereit sind, dass sie in solche Firmen wirklich investieren. Mit Volvo, die von Geely übernommen worden sind aus China, da war es ja so ähnlich. Keiner wollte Volvo mehr haben. Und letztes Jahr haben sie damit aber einen Rekordgewinn erzielt mit der Marke. Aber wie auch immer, Jaguar Land Rover gehört zu Tata. Und die Sanierung hat übrigens auch stattgefunden. Zum Teil eben auch Unterführung von deutschen Automanagern, also Dr. Ralf Späth oder Günter Butschek. Der war ja sogar CEO vom Tata Mutterkonzern bis vor kurzem. Und Jaguar Land Rover steht da eben auch immer noch für knapp 70% vom Gesamtumsatz. Und darum habe ich auch vorhin gesagt, man kauft sich eine indische Autoaktie hier und landet dann doch in Großbritannien am Ende. Das ist die Aktie, genauer gesagt die ADRs, die man bei uns handeln kann. Wir haben einen starken Anstieg gehabt die letzten zwei Jahre. Klassische Erholung in der Corona-Krise. Dann Anfang dieses Jahr eine Korrektur und seitdem bewegt sie sich seitwärts. Jetzt könnte natürlich jeder, der das betrachtet, zu Recht sagen, scheint ja ziemlich heiß gelaufen zu sein, das Ding. Und jetzt ist die Luft offenbar raus. Und das kann man auch so sehen, weil billig ist die Aktie auch nicht mehr. Das KGV liegt jetzt ungefähr bei 20. Damit ist sie deutlich teurer als die meisten anderen Autoaktien. Was aber eben schon auffällt, ist die relative Stärke. Also sie steigen zwar nicht mehr, sie fallen jetzt aber auch nicht wirklich. Im Gegensatz eben auch zu vielen anderen Autoaktien. Wenn wir als Vergleich jetzt mal nehmen Volkswagen zum Beispiel. Die sind ja seit Anfang 2021 schwer im Sinkflug schon wieder. Haben sich jetzt auch fast schon halbiert vom Hoch. Oder Ford Motor, wie erwähnt vorhin. Da hat die Rallye länger gehalten bis Anfang 2022. Aber sind die letzten Monate eben auch abgestürzt und haben sich mehr als halbiert. General Motors hier so ähnlich. Also auch da eine starke Erholung seit der Pandemie und dieses Jahr dann aber eben auch zusammengeklappt. Weil wir jetzt große Sorgen haben um eine mögliche Rezession und um einen Rückgang der globalen Autonachfrage. Und die Sorgen, die hat man aber bei Tata Motors anscheinend nicht in dem Maße. Auch da ist es nicht richtig rund gelaufen die letzten Jahre. Jaguar Land Rover, die waren vorher zu erfolgreich. Die haben zu schnell expandiert wieder. Der Umsatz ist hochgegangen, aber die Margen sind stark runtergegangen. Und dann ist der Brexit gekommen. Das war der erste harte Schlag. Dadurch ist eine unglaubliche Verunsicherung entstanden. Da natürlich und gleichzeitig ungefähr eben auch der Diesel-Skandal. Und sie haben stark auf Diesel gesetzt bei Jaguar Land Rover. Dann ein jahrelang schwacher chinesischer Markt, wo sie extra in China ein neues Werk hingestellt haben. Und dann natürlich noch Covid-19 und hohe Rohstoffpreise und Heilbleitermangel und, und, und. Das war also eine absolute Katastrophe eigentlich. Auch im letzten Jahr, das gelaufen ist bei denen bis März 2022. Auch da waren sowohl Jaguar Land Rover als auch das indische Geschäft mit LKWs und Bussen defizitär. Der Gesamtverlust hat sich zwar zum Vorjahr wieder halbiert, war aber immer noch bei 130 Millionen Dollar. Das Ganze ist also schon auch zum Teil so eine Art Turnaround-Spekulation. Bei Jaguar Land Rover ist es im letzten Quartal auch wieder schlecht gelaufen. Nach wie vor Halbleitermangel und die Lockdowns in China, sehr wichtig. Und der Absatz ist da um 37% geschrumpft. Aber die Bestellungen, da sieht es nicht so aus, als wäre da jetzt die große Krise. Die waren nämlich auf Rekordniveau jetzt. Ich habe auch grundsätzlich, was den gesamten Autosektor betrifft, schon ein bisschen den Verdacht, dass man den vielleicht jetzt zu negativ sieht auch. Und in Indien, da springt der Markt jetzt eben auch wieder richtig an. Ein Absatzwachstum bei Tata um 110% zum Vorjahr. Und wenn man den internationalen Absatz noch dazu nimmt, immer noch ein Plus von 101% auf 231.000 Fahrzeuge. Und bei den LKWs und Bussen auch ein Anstieg um 69%. Das ist auch darum interessant, weil Tata Motors da einen Marktanteil hat bei LKWs von 45%. Bei PKWs sind es nur 13% in Indien. Aber auch das ist schon gut. Und Tata Motors hat nämlich in Indien eben auch eine Krise gehabt, wo der Marktanteil zurückgegangen ist, wegen harter Konkurrenz, auch ausländischer Konkurrenz durchaus. Und da hatten sie eben vor zwei Jahren nur noch 4,8% Marktanteil. Der ist jetzt aber wieder deutlich gestiegen und entsprechend eben auch der Gesamt-PKW-Absatz. Inklusive Exporte hier, die sind aber nicht so wichtig, die sind auch kaum sichtbar. Alles in allem ein sehr starker Anstieg die letzten drei Jahre, fast eine Verdreifachung. Und Indien hat 1,4 Milliarden Einwohner, wird wahrscheinlich in ein paar Jahren China auch überholen. Bei der Bevölkerung ist dann das bevölkerungsreichste Land der Welt. Es ist inzwischen auch der viertgrößte Automarkt der Welt. Und laut Goldman Sachs ab 2025 wahrscheinlich sogar der drittgrößte nach China dann und den USA. Bis jetzt dominieren Kleinwagen in Indien. Es gibt auch einen harten Preiswettbewerb da. Aber auch das wird sich wahrscheinlich ändern in den nächsten Jahren. Und Tata richtet sich darauf auch schon ein mit seiner Modellpalette, wo es jetzt auch in Richtung höherpreisige Modelle geht, mit denen man eben auch viel mehr verdienen kann. Und was auch interessant ist, die indische Regierung will, dass der Anteil von Elektroautos bis 2030 auf 30% steigen soll. Bis jetzt ist er noch bei unter 1%. Und das ist für Tata besonders interessant, weil der Markt ist zwar noch klein, aber sie haben bei Elektroautos einen Marktanteil von 90% in Indien, weil sie eben auch über ihre ganzen Schwesterkonzerne auch eine gute Infrastruktur anbieten können. Und die Hersteller aus dem Ausland, die haben es da eben schwer. Die müssen entweder eben auch direkt in Indien produzieren oder sie zahlen sehr hohe Importsteuern. Die kommen da also nicht so einfach rein in den indischen Markt. Das hat zum Beispiel Tesla jetzt gerade auch wieder gelernt die letzten Wochen. Pro und Contra soll man die Aktie kaufen? Sie ist nicht mehr billig. Der Börsenwert liegt bei 19 Milliarden Dollar, KGV bei knapp 20, wie gesagt. Es steckt also schon auch eine Menge Fantasie drin, die aber eben auch nicht ganz unberechtigt ist. Und was auch noch ein Thema sein könnte die nächsten Jahre, das ist ein Einstieg oder eine große Kooperation mit einem großen internationalen Autokonzern. Vor fünf Jahren, da haben die lang verhandelt über sowas mit Volkswagen. Das ist dann am Ende gescheitert. Tata Motors hat aber trotzdem immer gesagt, wir sind offen für eine große Allianz. Und der indische Automarkt ist eben hochinteressant. Und auch die internationalen Konzerne wollen da natürlich dringend rein jetzt. Und über Tata Motors wäre das im Prinzip möglich. Und Tata Motors würde umgekehrt davon dann aber sehr wahrscheinlich natürlich auch profitieren von so einer Allianz. Vielleicht wird es ja sogar Tesla, der Partner der Zukunft, jetzt mal ganz, ganz hypothetisch. Aber Tesla kooperiert auch schon mit Jaguar Land Rover in England und in der EU bei den Emissionsrechten. Die Aktie ist also eher ein Langfristinvestment, würde ich sagen. Und sie ist auch ein spekulatives Langfristinvestment. Hier ist nochmal ein längerer Chart über zehn Jahre. Die Schwankungen, die waren schon hoch, genauso wie das operative Geschäft ja auch stark geschwankt hat die letzten zehn Jahre. Und wir waren hier schon mal bei 45 Euro, wir waren aber auch schon mal bei 3 Euro. Ich glaube, wir werden die 45 Euro, das Hoch damals wieder erreichen in den nächsten Jahren auf absehbare Zeit. Es kann aber natürlich schon holprig werden, weil wir haben ja offensichtlich eine globale Konjunkturkrise. Wir haben ein sehr schwaches globales Aktienmarktsentiment, das sich natürlich auch weiter jetzt noch verschlechtern kann. Für Indien ist das Sentiment immer noch relativ gut, aber wenn sich es global eben noch weiter verschlechtert, dann ist auch die Frage, ob Indien da wirklich auf Dauer dem auch standhalten kann. Und darum würde ich sagen, auch mit Rücksicht auf den Gesamtmarkt momentan natürlich, den müssen wir einfach im Auge auch haben, Tata Motors ist im Moment kein ganz klarer Kauf. Es ist aber eine Aktie mit Perspektiven, die man akkumulieren könnte jetzt. Das ist sowieso eins meiner Lieblingswörter zur Zeit, akkumulieren. Ganz ähnlich wie ja auch mit dem indischen Markt an sich. Es ist ein Markt, wo man in der momentanen Marktlage jetzt vielleicht auch nicht zu euphorisch sein muss, den man aber schon auch nicht meiden sollte, den man auch nicht ignorieren sollte. Dafür ist er zu interessant. Einen Kritikpunkt habe ich aber doch noch und das sind die Autos an sich von Tata Motors, vor allem bei Jaguar Land Rover. Wie schön waren vor ein paar Jahren mal britische Autos. Der Defender zum Beispiel von Land Rover, so sah der mal aus. Ein Klassiker für alle Lebenslagen seit 1948. Und so sieht er heute aus. Es ist eben auch nur noch so ein aufgedunsener Pseudo-Geländewagen, wie alle anderen auch. Unten rechts, da könnten sie ihn noch konfigurieren, das macht es aber auch nicht besser. Oder noch so ein House from Panzer, der Evoque S. So sehen heute Range Rover aus und daran sieht man auch, wie sich die Zeiten ändern. Also früher wollten sich die Fahrer vielleicht noch fühlen, so wie Abenteurer und Entdecker und heute ist aber Pornomillionär auch schon ganz okay. Und das ist heute ein Jaguar. Der E-Pace, natürlich garantiert jeder Komfort und super motorisiert und alles, aber es ist eben auch nur noch ein SUV, wie alle anderen auch. So wie sie überhaupt alle nicht mehr gut aussehen, die britischen Autos. Ja, auch Bentley, Aston Martin, Rolls Royce. Klobig, protzig, hässlich wie die Nacht. Früher hat man sich vorstellen können, in so Autos von denen, dass man James Bond ist oder so. Und heute erinnern sie einen eigentlich nur noch an die eigene fortschreitende Herzverfettung. Aber so muss es wohl sein, wenn man Geld verdienen will mit solchen Autos. Und die kennen ihre Zielgruppen natürlich schon und es funktioniert ja auch. Und bei Aston Martin übrigens, da ist am Freitag ein saudischer Staatsfonds auch eingestiegen. Also vielleicht kriegen sie jetzt ja doch noch die Kurve wieder erwarten. Ist auch eine hochspannende Aktie, aber da brauchen sie natürlich noch viel stärkere Nerven als bei Tata Motors. Ich darf noch kurz hinweisen auf unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da geht es um den sogenannten Halbleiterkrieg, also der Versuch der USA, China jetzt abzuschneiden von wichtigen Komponenten und Halbleitern oder auch Halbleiterproduktionsgerät. Und wie China eben auch darauf reagiert, weil das ist für die chinesische Wirtschaft natürlich ein überlebenswichtiges Thema, das Ganze. Die Reports von uns sind gratis. Dieser Report geht morgen raus. Also wenn sie es noch nicht gemacht haben, tragen sie sich noch einen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und abgesehen davon, wie gesagt, natürlich freue ich mich auch über jeden, der meinen Kanal hier abonniert und dann eben auch öfter mal hier vorbeischaut. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.